ja hey leute ich bin's wieder heute mal eine runde minecraft survival games auf dem sein punkt ist außer heute mit meinem laptop auf das geht jetzt gleich los ok ich habe es gekriegt alles klar hits like martha wahrscheinlich alles klar gg so ich würde sagen das war eine scheiß runde aber ich nehme sie einfach mit auf man kann sich ja nicht alle gegner aussuchen ich bin nicht der beste aber ich bin auch nicht so schlecht dass ich mich weil wir mir lassen muss also das bin ich auch nicht mehr ich war mal übel schlecht richtig schlecht ich habe mich schon verbessert das ist eigentlich sehr gut ich würde sagen wir sehen uns dann gleich wieder so und gleich die runde wer los downstream kenne ich gar nicht ich habe zwar leider auf meinem pc schon ganz viele aufnahmen gespeichert gehabt nur leider ist mein pc nicht da wo ich zurzeit bin ich war ich weggefahren und ich konnte nicht mit mir vergessen die videos die ich gemacht habe auf meinen stick zu ziehen und mitzunehmen deswegen muss ich jetzt neue aufnehmen aber so nicht schlimm ist ja 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 zu zweit auf ein gg ich glaube die aufnahme ist jetzt schon für den arsch aber was sollte ich machen ähm egal komm eine runde gönnen wir uns noch ich würde sagen wir sehen uns dann bald wieder ich entschuldige mich jetzt auf jeden fall schon mal für die schlechten runden aber ich habe einfach gar keinen bock ich hoffe einfach ihr könnt mir das verzeihen und tut mich bitte an bekannte und weiß ich nicht was weitergehen ich möchte echt unbedingt wenigstens mal die 20 abos knacken und dann kann man nicht immer weiter und mein ziel ist irgendwann 100 abos zu schaffen und falls euch irgendwas an meinen videos nicht gefällt schreibt es mir bitte 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 in die kommentare außer dass ich nicht gerade der beste bin das braucht ihr mir schreiben das weiß ich selber aber sonst von der qualität her was ich falsch mache wie charakterlich ob ich da irgendwas hab was oder was nicht sein soll oder so ja dann würde ich sagen sehen wir uns gleich in der runde so leute die runde geht wieder los 3 2 1 und los geht slack hat bei mir leicht alles klar nein ich will f3 trotzdem so viel fps alter was ist denn hier los gerade ja klasse in der stadt verkackt scheiße aber nicht schlimm gibt ja im wald auch ein paar kisten noch nicht komm einfach ja nice stein schwert stein schwert ist nicht gut das netz ja von hinten noch eine greift euch nicht an oder was die war genau okay gg auf jeden Fall habe ich mal einen kill oh falsch geschrieben ups das war ja nicht schwer so die Aufnahme ist wirklich für den Arsch aber eine Runde gebe ich mir noch und bitte helft mir bitte bekannter zu werden wenigstens 50 abos ist mein ziel und wenn man 50 hat dann kann man auch die 100 schaffen und wenn man die 100 hat dann kann man sich immer weiter und ich möchte wenigstens 100 einmal schaffen und dann freue ich mich sogar schon und bitte tut mich an euren tut mich weiter leid euren freunden bescheid sagen falls ich euch gefallen soll von der art her tut dies tut das bitte helft mir bitte helft mir einfach und falls ihr falls für euch auch welche ich tue auch gerne gegen euch auch abos geben wenn ihr ich tue euch auch abonnieren aber helft mir bitte bitte helft mir einfach das ist mir echt total wichtig wäre auch total nett ich würde mich total freuen dann würde ich sagen gehe ich gleich in eine andere Runde ne jetzt gehts langsam los dann würde ich sagen sehen wir uns dann gleich wieder dann bis gleich neun so da bin ich wieder so da bin ich wieder einer wird meinen Kanalnamen wissen gebe ich ihm natürlich vielleicht tut er mich abonnieren natürlich habe ich schon mal eine Waffe ist natürlich keine heftige aber zumindest kann ich mich verteidigen wenn ich jetzt hier noch diese diese Kiste bekomme die 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 ja ich sag einfach mal das war's für heute es tut mir echt leid für diese schlechte aber ich habe auch nichts gefunden was ich aufnehmen kann ich hoffe verzeiht mir das guckt es mir trotzdem an leid mich bitte an eure Freunde weil ich möchte bitte ein paar mehr Abonnenten schaffen mindestens 20 also noch in den also 20 ist mein erstes Ziel und dann würde ich auf die 50 und so zu gehen bitte helft mir dabei ich würde mich echt freuen wenn ich na wirklich für mich sagen kann ja es lohnt sich für mich weil ich mache es jetzt nur aus langer Weile aber trotzdem möchte ich auch ein Ziel haben und mein Ziel ist es einfach diese 100 Abonnenten irgendwann mal zu schaffen und wenn ich das schaffe dann gibt es ein richtig fettes Special und bitte tut nicht an eure Freunde weiterleiten ich kann nur ich kann nur 5000 Mal bitte sagen aber bitte helft mir es wäre echt total nett dann würde ich euch sagen Abo bewerten kommentieren nicht vergessen schreibt in die Kommentare was euch gefällt was euch nicht gefällt tut mich bitte weiterleiten dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal und